versammelt die überlebenden da müssen wir mit dem bauern quatschen manche haben eine sprechblase der hat keine und wenn die gegner wegfragen sollst du nicht mehr kämpfen und genommen zeigt jeder grüne dazu ansprechen überlebende gerettet 1 von 5 nur noch 5 im quest text stand 6 überlebende aber jetzt brauchen wir doch nur 5 6 war wahrscheinlich auch viel zu hardcore man muss das spiel ja auch dem entsprechenden alter der zielgruppe anpassen und 6 zu retten ist einfach zu viel 5 reicht vollkommen aus das heißt ja auch die fünf freunde fertig